yo was geht ab leute herzlich willkommen zu diesem video und heute werden wir eine challenge machen und zwar die challenge heißt die challenge eigentlich ich esse scharfe nudeln scharfe nudeln essen ja sowas hat mustierhaft auch schon mal gemacht mustierhaft grüße an dich auf jeden fall vielleicht siehst du das video ja er wird sehen oder bestimmt manchmal sehen die meine videos weil ja weil ich ihn immer an die text macht und guckt ja immer meine videos auf jeden fall leute guckt mal an wie viel wie viel das einfach ist alter guckt mal wir haben groß einkauf gemacht leute leute warte was denkst du wie viel sind das digger leute schätzt mal in den kommentaren wie viele das jetzt zurzeit sind wir zählen die gleich nach und die leute für mich nicht mal und die leute die es richtig gechätzt haben also richtig geschätzt haben wie viel da drin ist werden im nächsten video gegrüßt ne okay wir werden es gleich nachziehen aber ihr dürft es ja nicht wissen also schätzt jetzt einfach meine kommentaren auf jeden fall leute heute werde ich mir richtig viel scharfes rein machen so eine scharfe sauce wir haben noch was scharfes was ist das das ist doch von so ein schuss von teiler hier alter übelte chili kohl war jetzt werden wir da alles reinkneiden ich werde so sterben digger ich glaube meins wird schärfer als sogar von musti hat also würde ich sagen let's go oder leute das hier das ist schon scharf und das ist noch schärfer leute und dann noch diese soße hier rein ich mache so viel in eine schale in eine schale davon machst du auf jeden fall auf jeden fall das hier mache ich jetzt rein ihr seht jetzt kurz eine zeit drauf leute lasst auf jeden fall jetzt schon mal ein like da scheiße eh ja oh shit alter leute das wird so scharf ich werde so sterben ich muss jetzt alles aufessen leute ich werde es eh nicht schaffen ich werde sterben ich muss doch gerade das kann aus ich habe alles rein gemacht leute schaut euch das an ich habe alles aufgemacht rein gemacht leute ich habe es euch ja gezeigt ich habe auch aufgenommen wie ich alles rein gemacht habe das ist viel das ist viel digger hast du noch die soße rein gemacht nein das machst du ja ja oh nein du hast mal auf mich gekleckert so leute wir haben jetzt hier einen teller drauf gemacht und wir müssen jetzt wie lange warten 10 minuten warten leute und dann ist es fertig also bis gleich so leute ich denke mal das reicht dann nicht was da drin ist er ist gerade im zimmer das heißt es wird jetzt so ein kleiner ein mini prank ich werde noch ein bisschen so zu suchen wo achte die hunde steht noch ein bisschen von der soße das reicht nicht leute das reicht doch nicht wir müssen uns beeilen ich habe gesagt so um 10 minuten ungefähr scheiße wie soll ich das verrühren alter ohne dass es aufhört dass ich da an den Nudeln rumgespielt habe also fuck ok so ok so geht es voll klar ja oh shit digger warte ich bin noch nicht fertig noch eine Pakunde von dem hier das ist mit einer Hand ein bisschen schwer so muss jetzt alles ganz schnell gehen ich habe schnell mein Handy genommen und bin schnell in die Küche gerannt scheiße ich habe hier voll getroppt ich bin so dran scheiß kopf zack ficken war das da drin oder wo war oh Gott schnell wegstehen ok leute egal dann auf jeden fall ist jetzt auch ein bisschen schärfer gemacht worden und dann viel spaß beim video gleich das das ist ich habe ich jetzt gewartet leute Es ist einfach nur noch Chili. Oh, riecht mein Digga! Alter, man riecht jetzt einfach schon von hier hinten fast. Alter! Junge, ich krieg grad Gänsehaut. Ich auch. Nein, ich nicht. Ich schon. Alter, es war so scharf gerade. Alter, verrühre es mal. Erst mal verrühren. Verrühren? Jaja, das muss ja erst mal schön, ne? Schön scharf werden. Ah! Ah, war nix. Gebrankt. Okay, gut. Let's go. Alter, ich rieche es hier sogar, ohne Spaß. Ja, ich auch. Digga, mein Schnupfen ist weg dadurch, guck. Ich weiß, hab ich auch grad überlegt, ob ich sage, aber mein Schnupfen ist dadurch auch weg. Geht? Digga, es ist jetzt schon scharf. Trink mal was an der Soße. Digga, trink mal was an der Soße. Ich muss schnell essen, Digga. Ich schwöre, ich kann sonst nicht. Ich trinne gleich. Nein, ich trinke nicht, bis ich es aufgegessen habe. Okay, los, tell us. Kann ich nicht bitte was trinken? Nein, nein. Okay. Alter. Alter, ich schwitze. Du schaffst das, Junge. Komm. Ich schwitze richtig. Wie man das? Ja, man sieht das. Du bist voll rot, Alter. Ja? Ja, Mann. Halt's ab. Ich schwöre, du bist rot. Du bist hier rot. Es ist auch scharf, Digga. Oh, Scheiße, Mann. Ich kann das nicht alles aufessen, Mann. Einfach einen großen Biss, Digga, dann habe ich es hinter mir. Ja, ja. Und die Soße auch austrinken, ne? Austrinken? Ja. Ja? Alter, von der Seite sieht man so, dass du rot bist und schwitzt, ohne Spaß. Gänsehaut. Sieht man? Ja. Man sieht das sowas von. Alter, ich habe es fast geschafft, aber ich bin so rot, ich weiß nicht, ob ich rot bin. Aber es ist so scharf. Alter, fuck, Digga, ich sterbe. Ah, toll, jetzt hast du noch einen Happen. Leute, lasst auf jeden Fall 250 Likes, dann mache ich nochmal sowas. Aber ihr könnt in die Kommentare schreiben ein paar Ideen, was ich machen soll. Das wollte ich einfach mal so angekündigt haben, ne? Schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert jetzt auf jeden Fall meinen Kanal. Abonniert seinen Kanal auch, erster Link in der Beschreibung. Checkt auf jeden Fall ab, wenn ihr Ehrenmänner seid. Und macht den auf jeden Fall 300 Abonnenten voll easy. Du weißt, das ist immer noch unsere Challenge. Mhm. 300 Abonnenten, ich fange wieder an. 300 Abonnenten, er fängt an mit YouTube. Leute, also erster Link in der Beschreibung. Ihr wisst, was abläuft, also einfach abonnieren. Ich kann nicht mal mehr reden, weil es zu scharf ist, Digga. Ich schwöre auf alles. Guck dir diese Soße an. Zeig das mal richtig. Digga, Alter. Ist einfach alles rot. Komplett rot. So wie deine Tage. Schon wieder Gänsehaut. Ich hab durchgehend Gänsehaut. Jo, Alter. Komm, Junge, du hast es gleich. Die Soße ist das Schlimme, ne? Ja, ja. Fuck. Du meinst, du schaffst es auf Ex die Soße zu trinken? Darf ich etwas trinken kurz? Weil ich hab die ganzen Nudeln aufgegessen. Okay, komm. Dafür geben wir einen Schluck. Ehre, Mann. Du wirst dafür aber noch noch schlimmeres haben. Digga, ich schwitze, oder? Ja. Doll? Ja. Eisdien macht es noch schlimmer. Hm? Eisdien macht das Brennen noch schlimmer. Alter! Was soll ich trinken? Ah! Ich mach wieder einen Kakao, Digga. Und, hilfst? Ah! Ah! Aber nur kurz einen Moment. Also trink jetzt lieber schnell was aus. Bevor du noch nicht ertrinken kannst. Komm auf Ex. Mach auf Ex, Junge. Ist es nicht heiß? Bisschen, aber ist nicht schlimm. Schaffst du? Einfach denken. Es ist ein Tee. Einfach denken, ne? Das ist ein hellbes Tomatensauce, Junge. Tomatensauce, hm? Hm. Digga! Ein bisschen dumm gelaufen. Digga, steht da keine Luft mehr hier. Alter, du stinkst aus dem Maul in der Chili. Ja. Ich hab einen Minischluck genommen, Digga. Ich schwöre auf alles, Leute. Das ist so scharf. Probiert es mal selber. Sind meine Lippen rot? Nein, geht. Aber du solltest dich lieber mal fragen, warum es auf einmal so scharf war. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Lach nicht. Du solltest deine Nudeln niemals alleine lassen. Hat dir das Mami nicht beigebracht? Halt die Fresse, Digga. Einen Schluck noch. Einen großen? Einen ganz großen. Und dann hast du es geschafft. Einen großen. Ich sag Stopp. Mehr, mehr, mehr. Okay. Trink. Schluck. 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 Ich komm, Schluck. Ich krieg keine Luft, Digga. Ich schwöre auf alles, ich krieg keine Luft. Digger. Mir ist so wärm. Ich schwitze wie ein, schwitzkasten. Leute, 250 Daumen nach oben, schaffen wir easy Leute, für diese Aktion, auf jeden Fall, das war es mit diesem Video, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, habe ich ja gerade eben schon gesagt, aber abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, wenn ihr Bock habt, und ja, schaltet die Glocke ein, um nichts mehr zu verpassen, und ja, ab jetzt kommen wieder regelmäßig Videos online, checkt noch meinen Bruder ab, erster Link in der Beschreibung, macht ihn die 300 Abonnenten voll, oder mehr Leute, vielleicht 400, 500, schafft ihr, auf jeden Fall, teilt das Video, mit euren Freunden, und ja, haut rein, ciao!